Die Fachkräfte beschweren sich über nur noch 50 Euro Bargeld neben der Bezahlkarte. Ihr habt richtig gehört. Jetzt wird's richtig spannend. Mal gucken, wann die auf die Straße gehen und sich das Geld anderweitig holen. Ich gehe mittlerweile wirklich vom Schlimmsten aus, was wir jetzt in der nächsten Zeit auf den Straßen in Deutschland erleben werden. Könnte noch schlimmer werden als das, was wir eigentlich als Einzelfälle gelegentlich in Deutschland sehen müssen. Und damit Moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content, jetzt gerne ein Abo dalassen. Und das ist nicht populistisch, polemisch oder auch sonst irgendetwas, was mir unterstellt werden könnte an dieser Stelle. Ich zeige hier die aktuelle Situation, die Sachlage in Deutschland mit Fakten basiert auf und möchte darauf hinweisen, wie mit unserem System umgegangen wird. Man muss sich das mal vorstellen. Man kommt als Gast in ein Land und nehmen wir mal an, ich würde jetzt, ich würde gerne nach den USA auswandern. Nehmen wir USA als Beispiel. Ein Kumpel von mir macht das nämlich gerade oder hat das vor Ende letzten Jahres, November, Dezember gemacht. Damit er da rein konnte, brauchte der ein Visum. Das Visum, welches er bekommen hat, ist ein E1 Visum, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und mit diesem Visum muss er 100.000 Euro in eine Firma investieren, mehreren Menschen vor Ort einen Job schaffen, also eine Anstellung bereitstellen. Ich glaube, drei sind es an der Zahl. Und diese Firma muss erfolgreich am Markt agieren. So, je nachdem, was das für ein Gewerbe ist, wenn du zum Beispiel was produzierst oder ähnliches, dann musst du auch nachweisen, du hast ein Produkt hergestellt. In Deutschland läuft das jetzt nochmal ein bisschen anders ab. Man hat jetzt hier die Möglichkeit herzukommen, die vier magischen Worte, die ihr bestimmt kennt, schreibt sie in die Kommentare, an der Grenze zu sagen. Und dann wirst du quasi direkt zur Annahmestelle gebracht und kriegst auch ohne Papiere, was interessant ist, natürlich relativ schnell eine Möglichkeit, hier zu bleiben. Ein Pass gegebenenfalls auch. Mittlerweile mit der sogenannten Turbo-Einbürgerin schon nach drei Jahren, wenn du dich gut benimmst, sagen wir es mal so. Das Ganze ist insofern absolut interessant, sagen wir es mal so, weil das kein anderes Land in diesem Ausmaß so macht wie Deutschland. Wir wissen um die Situation, dass beispielsweise Kindergeld für Kinder, die nicht in Deutschland leben, sondern im Ausland, ins Ausland transferiert wird. Zig Millionen Euro jedes Jahr. Ob diese Kinder existieren, weiß niemand. Das wird nicht überprüft. Und diese Liste dieser Sachen, dieser Situationen ist ellenlang. Und wir wissen auch, dass ein Pull-Faktor natürlich das Geld ist, was Deutschland den Fachkräften gibt. Das kann man nicht mehr wegdiskutieren, auch wenn die Grünen darauf beharren, dass das kein Pull-Faktor wäre, ist das meiner Meinung nach definitiv einer, wenn du natürlich sagst, ja, komm doch mal, komm doch mal da hin oder hast du gehört, in Deutschland, da hat man die Möglichkeit, kriegst ein paar hundert Euro, du musst ja morgens gar nicht arbeiten. Du bleibst da im Bett liegen und da musst du nur so einmal im Monat zum Amt, musst du Hallo sagen und so weiter. Aber wenn du keinen Job annimmst, dann zahlen die trotzdem weiter Geld. Die Wohnung wird bezahlt, die Heizung wird bezahlt, das Essen wird bezahlt. So, und jetzt die schlimme Nachricht für diese Leute, die die Idee hatten, das zu tun. Jetzt kommt die sogenannte Bezahlkarte ins Spiel. Die Bezahlkarte bedeutet, dass du nicht mehr komplett Cash dein Geld auszahlen kannst, ein paar hundert Euro, und kannst damit Handy kaufen, neuen Fernseher, hier ein bisschen mageln, hier ein bisschen was tun und so weiter und so fort. Nein, du kannst nur noch bestimmte Güter damit kaufen. Das heißt, im Supermarkt gehst du hin und kaufst dir dafür das, was du brauchst. Das ist das Toilettenpapier, das ist die Zahnbürste, das sind die Lebensmittel und die Getränke. So, und das ist ja wohl immer noch genug, was wir als Bürger tun. Zusätzlich 50 Euro Bargeld jeden Monat. Fragt mal den einen oder anderen Rentner, dem es nicht so gut geht in Deutschland. Jeder vierte Rentner in Deutschland hat unterhalb von 1000 Euro netto monatliche Rente zur Verfügung. Ihr glaubt doch nicht, dass der nach Abzug von Miete, Heizung, Strom, Lebensmittel und so weiter, vielleicht auch noch Taxi, weil er zum Arzt fahren muss, weil er kein Auto mehr selber fahren kann, dass diese Rentner 50 Euro Taschengeld übrig haben im Monat. Ich wage es zu bezweifeln. Und das ist eine Sache, da werde ich schnell fuchsteufelswild, weil das ist unfair. Weil jemand, der Jahre, wenn ich so Jahrzehnte in dieses System eingezahlt habe, sei es noch so wenig, der muss unterstützt werden. Und das werden die Leute nicht ausreichend, denn ansonsten hätten wir nicht so viele Tafeln wie noch nie zuvor, Tafeln, die Aufnahmestopp haben in Deutschland und die Rentner haben trotz dessen zu wenig zu essen. Und das geht mir gegen Strich, sodass diese armen Menschen Flaschen sammeln müssen. Und so heißt es nämlich in einem Artikel hier, 50 Euro Bargeldabhebung, angeblich zu wenig. Fachkräfte beschweren sich über die Bezahlkarte. Das könnte zum Aufstand führen. Glaubt mir das. Ich gehe davon mittlerweile wirklich aus. Zwei Monate nach Einführung der Bezahlkarte in Sachsen hagelt es Kritik von den Asylbewerbern. Wie der Flüchtlingsrat am Donnerstag mitteilte, gebe es zahlreiche Beschwerden. Beanstandet werden unter anderem die teils nicht vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten. Betroffene würden zudem kontrolliert und diskriminiert, heißt es. Wie kann ich denn davon sprechen, dass ich kontrolliert und diskriminiert werde, wenn ich hier ein vollständig zu 100% bezahltes Leben bekomme, ohne dass ich einer Pflichtarbeit nachgehe, wie es das Gesetz vorsieht, dass man nämlich hier verpflichtet ist zu arbeiten. Denn das sehen wir nämlich in diesem Artikel hier. Landrat bringt jeden zweiten Flüchtling in Job, heißt es hier. Und das Ganze sieht das Gesetz in Deutschland so vor, dass man nämlich unter einer Bezahlung von 80 Cent pro Stunde in den Arbeitsmarkt kommt. Und guckt euch das mal an. Da verbraucht man doch keine Sprachkenntnisse, um jetzt hier direkt mal ein bisschen an den Rasen zu melden. Wenn ich mir bei mir die Gegend angucke, wie viel Müll hier an den Straßenrändern liegt, wäre das doch mal schön, wenn der ein oder andere seine Zeit sinnvoll nutzt und hier ein bisschen der Allgemeinheit, die das Leben finanziert, wieder zurückgibt. Nochmal, das ist nicht Hetze oder sonst irgendetwas. Das sind klare Daten und Fakten, die nämlich gesetzlich festgeregelt sind. Hier steht es ja auch, der Stundenlohn beträgt laut Gesetz 80 Cent. Und ja, das mag sich jetzt gering anhören und wie ein Ausbeuterjob. Aber rechnen wir es doch mal um. Was bekommt denn diese Fachkraft auf der anderen Seite? Die bekommt eine komplette Vollversorgung, Lebensmittel wie auch Drogeriegüter, die man benötigt für den Körperpflege und so weiter und so fort. Kleidung, alles drum und dran, eine Waschmaschine, die Miete bezahlt, den Strom und auch die Heizung. Also ist dieser Stundenlohn ja um ein exorbitant vieles viel, viel höher. Das muss man ja wirklich dazu sagen. Aber das gefällt offensichtlich einigen nicht. Und man liest ja auch schon per Ex und per Twitter zahlreiche Sachen von wegen, was für Ideen umhergehen, wie man dagegen vorgehen könnte. Bezahlkarte, Flaschen, Wasser kaufen beispielsweise, auskippen und dann nimmt man einfach dieses Leergut und so weiter und holt sich davon halt das Bargeld. Ja, das ist halt schon ganz, ganz krass. Und viele gehen halt wirklich tierisch auf die Barrikaden, rasten aus in den Geschäften, weil verschiedene Güter halt nicht mit der Bezahlkarte gekauft werden können. Da kursieren auch schon verschiedenste Videos. Es ist wirklich unfassbar. Und jetzt heißt es ja auch noch, die Bezahlkarte, die gilt halt nur in Sachsen. Und deswegen könne man auch damit nicht reisen. Das schränkt die Betroffenen in ihrer Mobilität ein. Zudem würden die 50 Euro, die es weiterhin in den Bar gibt, nicht ausreichen. Zitat, seit der Einführung erreichen uns zahlreiche Beschwerden von den Fachkräften, die die Karte nutzen müssten. Wochenmärkte, kleinere Lebensmittelläden, Rechtsbeistand oder Sportvereine nehmen die Bezahlkarte nicht an, heißt es nämlich hier. Tja Leute, und worauf soll es hinauslaufen? Richtig, mehr Geld. Jeder Flüchtling bräuchte 200 Euro Bargeld im Monat, heißt es hier. Ja, die nehme ich gerne auch für mich. Ich frage mich nur, wer mir das bezahlt. Vielleicht macht ihr das. Mein Spendenlink ist unterhalb des Videos drin, nach dem Motto. Nein, das ist eine kostenlose Show. Könnt ihr freiwillig gerne machen. Lasst ein Abo da, das unterstützt mich am allermeisten. Teilt meine Videos und schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten und ciao.